Warum sollen andere Jugendliche auch mitmachen? Meiner Meinung nach ist es ein richtig schönes Gefühl, helfen zu können. Ja, aus dem Grund, weil uns das einfach zusammenschweißt. Also das Beste an dem 72 Stunden ohne Kompromiss war für mich die Gemeinschaft. Weil das eine Erfahrung ist, weil es einen bereichert. Was einfach Spaß macht. Man hat selber was gemacht, man hat was für andere bewirkt, man hat was gemacht, man bekommt dann auch was zurück. Also es lohnt sich auf jeden Fall.